Ich heiße Erik van Nimbril und betreibe seit 2021 in Hilchenbach-Vormwald eine Vespa-Vermietungsstation. Neben der klassischen Einzelvermietung führen wir auch geführte Touren an. Die sind für Einzelpersonen, Familien, Firmen, für Gruppenevents sehr geeignet und haben immer wieder wechselnde Ziele im Visier und sehen dadurch das Siegerland, Sauerland und angrenzend Wittgenstein von seiner schönsten Seite. Zu der Zusammenarbeit kam es aufgrund von interessanten Videoclips, die ich bei Insta gesehen habe. Es waren junge, frische, dynamische Aufnahmen, die überzeugten mich da. Und da kam eigentlich die Idee, den rufst du einfach mal an und machst einen Termin mit ihm. Die Zusammenarbeit mit Niklas war sehr angenehm. Niklas hatte uns bei einer Vespa-Tour begleitet. Er hat während der Fahrt bei der Ausgabe und Übergabe der Fahrzeuge alles dokumentiert und hat einen sehr tollen Imagefilm daraus produzieren können. Dieser Imagefilm ist auf Social Media und bei uns auf der Homepage eingebunden und findet sehr gute Resonanz. Seit dem letzten Videodreh betreut Niklas uns in den Bereichen Social Media. Er stellt Beiträge, Storys und sorgt für ordentlichen Content. Die Arbeit mit Niklas ist sehr unkompliziert, es ist kein großer Wasserkopf. Man hat einen persönlichen Ansprechpartner, Sachen werden schnell umgesetzt. Er hat sehr viele gute Ideen, ist ein Profi in der Umsetzung. Er kann auch improvisieren und macht einen super Job. Ich würde Nik Visuals jederzeit weiterempfehlen. Die Arbeit mit ihm hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich gehe davon aus, dass wir noch viele Jahre miteinander zu tun haben werden.